Ich habe die jetzt mal rausgeholt und mal angefeuchtet, weil die waren doch sehr bröselig. Das heißt, ich habe sie jetzt mit destilliertem Wasser angefeuchtet, packe sie mal über Nacht in die Kiste und dann geht es morgen weiter, dass ich sie im Glas wieder nochmal neu wieder reinpacke, nur damit die nicht kaputt brechen.